Aluga. Mit dem Felix Barge Wittspiel habe ich den Yuntank Fluid Head erhalten. Schauen wir uns nochmal an, was der so kann. Der Yuntank Stativkopf ist mit Flüssigkeit gedämpft und lässt sich träger, aber dafür smooth, drehend und kippend bewegen, was für ruhige Schwenks sehr praktisch ist. Für den Preis drücken wir mal bei der Qualität ein Auge zu und schauen mal eher in Richtung Funktionalität, denn wer hier Aluminium oder hochwertig verarbeiteten Premium Kunststoff erwartet, wird mit sprödem Plastik und ungenauer Verarbeitung schnell enttäuscht. Was die Funktionalität betrifft, sind die Schwenks sehr angenehm und vor allem das Schnellwechselsystem super einfach. Gleich zwei solcher Schnellwechselplatten werden mitgeliefert, was von mir schon mal ein kleines Plus gibt. Der Schließmechanismus ist dabei wirklich einfach und auch tatsächlich sehr schnell. Ebenfalls praktisch wäre, wenn der Operatorgriff aus Metall eine Twist-Lock-Unlock-Funktion hätte. Stattdessen ist der Griff einfach nur starr und um die Bedienung zu erleichtern da. Nichtsdestotrotz ist der Stativkopf gerade für Anfänger interessant. Sollte man allerdings etwas mehr Geld zur Verfügung haben, dann würde ich eher auf einen qualitativ hochwertigeren zurückgreifen. Bei der Arbeit nutze ich lieber den Stativkopf von Manfrotto, privat jedoch erfüllt bei mir auch der Yung-Teng seinen Zweck. Link dazu ist natürlich in der Infobox, ebenso wie die Kanäle von SuperMAD und FelixBar. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einen Daumen nach oben und vielleicht auch ein Abo da. Schreib mir mal in die Kommentare, was du für einen Stativkopf hast. Und wie gesagt, den Stativkopf habe ich in einem Set bei FelixBars 200.000 Abonnenten-Special gewonnen. Und auch die anderen Set-Komponenten habe ich reviewt. Klick dich doch mal durch! 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 Untertitelung des ZDF, 2020